Ja, das sollte ich wohl, dann stand die Tinte nicht auf dem Rezept drauf, nehm Tinte, ja, achso, die Sachen an den Kochtopf gehen, Kochtopf, äh, reden kenne ich auch nicht mehr, den Kochtopf, natürlich, so was brauchen wir noch mal, vielleicht haben wir da für ein schönes, ein Stand mit Zimt, können wir da schon mal reintun. Directions to Monkey Island. Ein Schlitzpartnerfisch. Sekundes haben wir auch mit dabei. Directions to Monkey Island. Ich glaube, wieder Minze, wo kriegen wir Minze her? Minze haben wir noch nicht. Einen Schreibfeder haben wir. Menschliche Feder haben wir. Das ist so gut, wo das Geschäfer. Vielleicht. Ähm, Suppenhuhn, vielleicht können wir. Was können wir noch einschmeißen? Was können wir noch einschmeißen? Ich denke, ich habe genug Fiber. Ich werde nur an das halten. Ah, okay. Das könnte der Schädel sein. Ja, aber sehr geschummelt. Sehr, sehr geschummelt. Okay, eine Minute, Sekunde. Menschliche Schädel gepresst haben wir. Gepresst auf Papier halt. Schrauben, Schräfer, haben wir. Blitter Minze. Und Affenblut haben wir noch. Affenblut. 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 Knopfleicht. Hm, können wir nicht. Ja, Perfomance. Ich habe den Perfomance. So kriege ich das her. Perfomance. Ah, natürlich. Die Bonbons. Und wo kriegen wir jetzt Affen? Affenblut her. Tja, vielleicht den Frühstücksflocken. Hm, das wird gut sein. Das müssen wir ja haben, oder? Das Spiel muss mir jetzt eigentlich alles verraten, oder? Lassen wir auch ziemlich viel verraten. So, Mist. Das haben wir ja nicht versucht. Träumen, ja. Okay. Was will es da für einen Schottkritt geben? Das sind nur alte, russische Stücke. Das sind nur alte, russische Stücke. Das ist nur eine alte, russische Stücke. Du musst mich verarschen, da ist nichts drin. Es ist ein sehr schönes Wein. Ich nehme es. Die Kiste haben mich schon zweimal untersucht. Es ist... Es ist eine Zutat drin. Ich kann es nicht holen, aber ich sehe nichts spezielles. Das ist gut. Ich bin auf die Meister selbst gekommen. Ich bin etwas anderes. Yikes! Oh, okay. Oh, no. Okay. Oh, ich fühle mich riesig. Hm. Heilige Monkebladders. Es ist Monkey Island. Wollte ich gerade sagen. Es ist Monkey Island. Wow, das war gut wert, 59,95 plus Taxe. Dann reden wir mal mit der Crew. Wir sind angekommen. Hey, schau. Hey, schau. Wir haben es zu Monkey Island. Lass uns wissen, wann du den Herrger gefunden hast. Wir haben einen extra Schraub, die sie nutzen können. Aha. Und wie kommen wir jetzt von Bord? Wir lassen uns schießen. Wir lassen uns schießen. Gehen wir von Bord. Es ist zu weit, um zu gehen. Und zuvor, ich kann nicht schwimmen. Okay, und wie wir das jetzt machen? Ich dachte, das wollte ich gerade machen. Ne, die hatte ich doch schon vorhin. Lunter und dann Schießpilver und dann bumm. Jetzt brauchen wir noch Schießpilver. Und ein Feuerzeug brauchen wir noch. Das scheint nicht zu funktionieren. Wir wollen noch ein bisschen Schießpilver. Kerzen haben wir hier zufällig nicht. Ich habe hier eine Kerze drin. Das habe ich auch noch nicht. Es sieht wie ein feines Kast. Tja. Da ist Feuer. Wenn wir das mitnehmen können. Das ist mir eine Rätsel. War da nicht so schwarzpilver? Nehmen wir ein bisschen schwarzpilver. Vielleicht klappt das eine Runde Feuer. Vielleicht klappt das eine Runde Feuer. Sieht explosiv. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum sehe ich nichts spezielles daran? Was ist das? Gut. Einsteigen. Schauen wir noch nicht. Mach ich aber die... Das habe ich doch gemacht. Gerade eben. Pflicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Wie wir bei Sedgwick gelernt haben. Ich werde nur das aufbauen, wenn ich wirklich muss. Ich werde nur das aufbauen. Vielleicht ist es irgendwie ein Fropfen. Da brauchen wir noch drin oder an. Das mache ich doch die ganze Zeit hier. Schießpulver. Also. Das ist Kanonen, wo noch eine spezielle Sache ist. Das können wir jetzt... Fliegen die menschliche Kanonen-Kugel machen. Jetzt müssen wir die Lunde erst bestreichen. Mit dem hier. Tja. Wir brauchen irgendwie Feuer. Einzimmer hat Feuer. Da hat es mehr. Und unten haben wir Feuer. Vielleicht können wir... Ist da Feuer im Topf jetzt nehmen? Oder... Ich habe eine Idee. Vielleicht kommen wir die Tinte. Oder... Vielleicht kann man die Fäder... Vielleicht können wir die Fäder... Oh. Okay. Ja. Wir haben Feuer im Winter. Es scheint mir klappt zu haben. Ich wollte gerade das da noch versuchen. Ich will das nicht auf Feuer setzen. Also noch mal von vorne. Muss man sich selbst reinsetzen noch. Schießpill haben wir natürlich gerade nicht mit dabei. Muss man noch mal neu holen. Deprimierend. Ähm. Nimm. Ich nehme etwas mehr. Ach was du und ich saugst. Tun wir uns nicht selbst schon reinsetzen oder? Muss man das jetzt anzünden? Ja. Das kommt mir bekannt vor. Ich sollte mir erst mal einen Weg finden, wenn wir uns in die Kamen reinsetzen. Ne, wir sollten viel Zeitportionen mitnehmen. Das können wir wahrscheinlich nicht. Und jetzt bauen wir nur das Feuer. Und ja. Der Topf. Als ob der das jetzt. Als ob der da jetzt was bringt. Der Topf hat es gebracht. Teil 3. Unter Monkey Ended. Teil 2 haben wir schnell geschafft. Das hat mir auch helfen lassen. Oh. Ein Affe. Ein Affe auf Monkey Ended. Gibt es ja nicht. Sachen gibt es. Die Topf steckt im Sand. Es ist ja nicht. Es ist ja nicht. Es ist ja nicht so. Oh, sehr schön. Und es ist sehr schön, dass hier ein Ruderboot steht. Können wir uns vielleicht eine Banane mitnehmen? Ich kann es nicht von hier erreichen. In den Dschungel können wir gehen. Oha! Ein Affe. Ein Affe. Ein Affe. Eine Spalte. Die könnten wir gut gebrauchen. So mit dem Affen reden. Scheinbar nicht. Dahinten können wir noch nicht lang. Ein Knutzer Spalte hin. Mufasa. Nein. Okay. Ähm. Was können wir hier? Ein Baumsturm. Tja. Tja. Wie kommen wir da jetzt runter? Außer zu fallen. Das war mir klar. Vielleicht können wir das Seil benutzen. dass wir nicht mehr Methan haben. Tja. Vielleicht können wir mal reden. Hätte ja klappen können. die Puddel am Gelbosch. Ähm. Also. Wir haben noch eine Banane im Inventar. Können wir vielleicht die Banane benutzen? Tja. Oder auch nicht. Können wir vielleicht hier irgendwo anders hin? Am Strand hinlang? Oder hier einfach durch den Dschungel durch? Au. Tatsache. Hier können wir lang. Strand. Die Geier schweben schon. Oh. Ein Zettel. Es ist auf der Lederstelle. Auf der Geistpirate Lechak. Wir müssen euch wieder fragen, um eure heutige Aktivitäten in der sacreden Mönke-Head-Agez. Die decente Leute versuchen zu schlafen. Seidig halten die Lederstelle. Die Mönke-Island-Kannibale. P.S. Wir sehen uns, dass du die Frau mit dem Schlafen hast. Aha. Ja, schon wieder. Ich bin. Ja. Nimm ihn hinterher. Ok, 40 kommen wir dann aber nicht weiter. Können wir hier hinein? Können wir. Dann wandern wir jetzt mal hier um den... Oh, in den Valkan herum. Hier haben wir ein Seil. Das nehmen wir natürlich mit. Haben wir noch ein bisschen Schwarzpilber im Inventar? Können wir hier noch eine Kanone abfüllen? Ähm, vielleicht können wir... Okay, dann haben wir jetzt... Ein Seil. Und ein Fernblas aufgehoben. Ok. Ok, da kommen wir nicht weiter. Ok, dann werden wir also wieder zurück. Warte, mach mal... Was ist unser nächster Plan? Ja... Vielleicht finden wir mal das Haus von dem... Von dem Kerl dort. Vielleicht mal hier nicht lang. Okay, da kommen wir nicht lang. Okay, da kommen wir nicht lang. Vielleicht hier mal das Ufer lang. Tja, also... Ein Lichtung. Wenn wir jetzt mal hier hin... Private Property. Wormittung ist vermittelt. Aber bitte nicht in die Monkey Head. GP Lechuk. Aha. Dann betreten wir es doch mal. Ja... Shish Kebab. Ah, Shish Kebab. Ah, Shish Kebab. Den kennen wir doch, oder? Shish Kejoe. Ah, er ist schon hier. Monkey Head, soooon piece of work, eh? Nasty case of yellow waxy build-up, though. Yes, es ist ziemlich beeindruckend. Es wäre eine gute Tourist-attraktion. Haha. Wenn jemand überhaupt finden würde die Islanden. Bist du ein Kind of a Castaway? Was bin ich? Der Caretaker? Ha! Listen zu diesem Mann. Am ich ein Kind of Castaway? Ha! Wie bist du? Ja. Wichtigste Frage. Ich bin? Mein Name ist Toothrot. Hermann Toothrot. Ich lebe hier. Okay, und wie kommen wir da hin? Wie kommen wir zum Fort am Vulkan? Ich weiß nicht, dass wir schon waren. Waren wir nicht schon dort am Vulkan? Oder? Okay, da oben kommen wir schon mal nicht zu. Okay, wir sollen dann die Bananen ran. Oh ja. Wir müssen noch auf dem Skal noch. Wir müssen noch auf dem Skal noch. Oh ja. Wir müssen noch auf dem Skal noch. Wir müssen noch auf dem Skal noch auf dem Skal noch fahren. Bitte, stoppen Sie mich. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Hermann Toothrop. Wir sollten das bewegen. Es ist entweder eine incisive Repräsentation der Fötilität des Menschen, oder es ist ein Lod und ein paar Krocken. Kann man das auf der Hand legen? Das scheint nicht funktionierend zu sein. Okay. Oha. Woher hinaus? Es sieht aus, dass jemand das hier aufgrund gelegt hat. Oh, das ist schon wieder. Woher... Ah, ich werde niemals getrennt von dieser Sicht, selbst wenn ich es schon seit 20 Jahren habe. Selbst wenn es die einzige Sicht auf der Isle... Ja, es ist eine schöne Sicht. Ich bin Guybrush, ich bin hier für jemanden. Na, hier bin ich! Ich bin froh, dass du mir kam zu retten. Obwohl du vielleicht ein bisschen früher bist, die auf der Überdue Bibliothek-Library sollte ziemlich groß sein. Los geht's! Um... Das ist nicht genau das, was ich meine. Ich bin hier in der Nähe von der Gouverneur von Melee Island, von einem Geist. Oh, gut. Ich werde mich nicht retten. Ich mag es hier. Die Reine auf meinem Kopf, die Wind auf meinem Bein, die Bugs auf meinem Bein. Um... Vielleicht könnte ich dich zurückziehen, aber ich muss die Gouverneur zu retten. Ich glaube, sie ist auf dem Geist. Oh! Okay! Was ist wichtig zu tun? Das ist wichtig zu tun. Was ist wichtig zu tun? Wie hast du hier getrennt? Na, ich bin hier mit einem Freund von mir vor 20 Jahren. Wir hoffen, zu erkennen, das Geist von Monkey Island. Aber mein Freund hat sich mit einem verrückenden und tragischen Erkrankten, das seine Leben erinnert. Und ich konnte nicht die Gouverneur zurückkehren. Ich trainierte ein paar Gouverneur, um die Gouverneur zu retten, um die Gouverneur zu retten, und sie zurück nach Melee Island. Sie sollten mir helfen und zurückkommen. Das ist nicht so. Warum hast du nicht nur mit den Gouverneur zu gehen? Wochenende, auf einem Boot voll von Mönkeen. Oh, Freude! Du bist der einzige auf dem Eiland? Du bist der einzige auf dem Eiland? Ich bin der einzige zivilisierte Person auf dem Eiland. Es gibt eine nativen Treibe von Huntergatherern. Na ja, Headhuntergatherern, eigentlich. Aber ich spreche nicht mit ihnen. Es sind Cannibals, aber sie sind nicht gefährlich. Sie können nicht alle treffen. Sie können nicht alle treffen. Sie können nicht alle treffen. Hast du etwas an den Cannibals gegeben? Ich zeigte meine Bananapicker zu ihnen. Und sie haben sie nie zurückgebracht. Und als kollaterale, sie haben mir diese enorme Kottenswab. Sie öffnet die Gouverneur. Sie sehen? Nicht wie ich immer in die Gouverneur zu gehen. Aber wenn sie zurückgebracht haben, muss ich meine Gouverneur zuerst. Es ist eine Art von Freude. Du kennst? Ich bin jetzt nicht der Gehe zu der Monkey-Head. Nein! Ich musste meine Bananapicker zurück. Entschuldigung, ich habe ein Kostenswabesystem. Ja, ich auch. Hehehehe!